so das ist schon übelst kompliziert wenn man zwei seiten zwei seiten voller voller kies hat da muss man erstmal hier gucken dass noch alles irgendwie so einigermaßen hat so okay so ja nein alles klar start auf geht's nächste runde neues glück welches tun wir da einst du bist eine nase Ah! Ich dachte das wäre irgendwie so ein Tisch. So ok, alles klar. Das tue ich jetzt hier gleich einführen mit bei mir. So, alles klar. Mir kommen wieder die Tränen. Warum das denn Marie ist? Weil Tobi mein verschorener Bruder ist. Nein, echt jetzt. Er ist wirklich aus meiner Familie. Im Ernst jetzt? Oder war das jetzt bloß Spaß? Nein, echt. Okay. Scheiß auf mich, stopp. Ich mach doch ein Finger und irgendwelchen Mist. Nein, echt jetzt. Das ist kein Witz. So, ok, auf geht's. Ähm. Hä? Nummer 22. Tobi! Okay, pass auf. Auf geht's. Oh, jetzt rutscht hier alles, alles vorbei. Hallo Booman! Okay, warte. Ich mach noch nicht auf. Danke für den Follow Booman. So, ok. Also Tobi, es ging ja um die Lootkisten. Ich habe zwei Lootkisten zusammengestellt. Quasi um mit die Fusantkosten... Jaaa, ist das witzig, Maurice? Jaaa, Penner! Ähm, ja, um quasi die Fusantkosten bezahlen zu können. Und, äh, ok, fangen wir mal an. In deiner Lootkisten, Tobi, ist drinne. Einmal 10€ PaySafe Card. Das ist leider so ein Zettel nur. Weil, wenn man das halt irgendwo an der Tanke kauft oder so. Jaaa, es ist halt leider Gottes so, dass man halt nur so einen Zettel kriegt. Also auf jeden Fall, ähm, 10€ PaySafe Card. So, ich kann dir dann auch gerne, ähm, weil ich muss dir die Kiste eh zu schicken, ähm, kann ich dir auch gerne, ähm, das schon vorher per E-Mail oder per Whisper schicken, dir den Code von der PaySafe Card, also Message Card. So, dann so ein, ähm, ich sag jetzt mal Armreif, wo draufsteht Gamer. Dann noch ein Armreif von Hero of Tamriel. Also hier von Skyrim. Dann haben wir hier ein Doctor Who Schlüsselanhänger. Dann haben wir hier ein Spider-Man, ähm, Gläser-Set. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht, wegen den Greenscreens. Aber es sollte eigentlich machbar sein. So, dann haben wir einmal ein Dusch-Set von Marvel Heroes. Das sieht man nur leider nicht ganz so extrem, weil das halt auch grün mit dabei ist. Also hier ist alles dabei. Hier ist dabei, äh, Shower-Gel, Gesichts-Gel-Warsch-irgendwas. Shave-Gel Moist-Tourisa? Was ist Moist-Tourisa? What the fuck? Was ist das? Okay. Das und für die Xbox One, äh, Mordos-Schatten. Ja, das war's auch leider schon. Ich hoffe, ich konnte dich zufriedenstellen. Okay, dann muss ich das direkt auch mal noch jetzt hier, äh, zur Seite nehmen. So. Jetzt habe ich... Tetris sollte gelernt sein, ne? Jetzt kriege ich die Karton nicht mehr zu, ey. So ein Mist aber auch. Genau, Tobi, da darfst du dich auch mal wieder waschen als Gamer. So, okay. Übrigens, Tobi, du musst mir aber bitte noch, ähm, deine Adresse dann via Whisper zukommen lassen, damit ich dir das auch zuschicken kann, weil sonst sieht's halt schlecht aus. Oh, das hört, sieht schön aus, bisschen. Okay, weiter geht's. Maurice, bist du bereit? Jo. Auf geht's. So, jetzt bitte mal besser als Platz 7, weil wir waren jetzt bloß Platz 7 gewesen, wir müssen auf jeden Fall mal noch ein bisschen was, noch ein bisschen was reißen, ne? Ich bin es besser zuerst und also. Ja. Oh Mann, ey. Du warst schuld. Ja, aber komm, ich bin nach dir gestorben, ja? Also ich war ein Stück besser als du gewesen. Hä? Also, meinst du jetzt die erste Runde oder die zweite Runde? Die zweite Runde. Ach so. Hm. Ich hab uns ja auch beschützt, also versucht zumindest. Ja, das stimmt. Bist ja weggelaufen. Hast du mich alles gerade zurückgelassen? Nee, du fehlst nicht, Tobi, alles klar, äh, alles gut. Ich muss bloß halt, wartet mal, ich muss das mal hier wegmachen. Äh, ich muss dann halt bloß, wenn ich das dann schreibst, sofort dann halt links unten das wegmachen, aber ich denke mal, so schnell sieht man das dann nicht im Stream. So, dann mal gucken, ich hoffe ja mal. Hey, ist opening! Oh, cool, ein Gili. Ja! 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 Hä? Was, 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 was? Ich hab fast einen Gili-Anzug gekriegt. Was, ein Gili-Anzug? Ja. Hä? Was ist nicht, was ein Gili-Anzug? Gili sind diese Scharfschützen-Anzüge, die so mit der Umgebung verschmilzt, so. Ah, okay, aber jetzt hier was ist. Hier in A, H, 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 H1, 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 H1 oder was? Alles klar, Tobi. Dankeschön. Oh Gott. Oh Gott, D6. Ach du Scheiße, hier sind übelst viele Leute. Ja. Äh, ich werde irgendwo abseits. Nur hier ist nix. In die Kirsche. Ja, ich geh in den Klei- in der, äh, was ist denn das? Auto? Ja, ja, pack doch mal! Ja. Na komm her, komm her, komm her, komm her. Na AK. Was? Du Penner. Ich bin auswärts der Stadt, ne? Ich tue jetzt grad hier so ein bisschen rumlooten, denke ich mal noch ein bisschen. Jesus hat mich erhört. Wieso? Ja, hier liegt einfach mal der ganze Altar voll mit Waffen. Lol. Bisschen langer. Los, kommt rein, ihr Schweine! Oh Scheiße! Hi man! Hey! Oh, schon tot? Gut weg. Do you love me? Wo ist meine Waffe hin? Jetzt. What the fuck? Jetzt. Boah, was ist er tun? Scheiße! Maurice, helf mir! Hier ist einer! Ich trau mich nicht raus! Ich bin unterwegs! Hey! What? Ist das dein scheiß Ernst? Ist das dein scheiß Ernst? Ich glaube, Maurice ist tot. Ach was! Er stand vor mir und bockt einfach mal durch die Gegend. Super! Yeah! Ich trau mich nicht raus! Ah! Ja mit zwei habt ihr überlebt! Digi! Dankeschön Tobi! Ich trau mich grad echt nicht raus! Ich bin grad grad echt nicht raus! Ich steht bestimmt noch hier irgendwo unter der Ecke! Dreh mal auf und dann guckst du da drinnen! Oh okay, er ist weg! Oh jetzt bin ich halt moralisch unterschuldet! Wo bist du gestorben? Ich muss deine Leiche… In der Kirche Ja, okay da reiche ich mich hin! Ja, da steht einer. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, wo ich bin. Warte mal, D6, 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 D6. Ach, natürlich, genau hier mitten im Chaos, ey. Vor allem, ich habe aber auch nichts. Ich habe nichts außer so eine scheiß Pistole. Was? Das ist doof. Aber, ich bin schon mal besser wie du. Einigermaßen zumindest. Einigermaßen zumindest. Ja, da kämpft man jetzt hier einfach. Aber ich kann nicht campen, ich brauche loot. Loot, 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 loot. Oh, oh Gott. Oh Gott. Hey. Doof, ein Stapeldraht. Okay, ich wachs jetzt, ich geh zu der Festung hin, weil ich brauche... Wo war denn da eine Kirche gewesen? Ach, da oben auf dem Berg. Da waren bestimmt viele, oder? Nein, ich will nicht. Nein, ich bin nur gestorben. Nein, nicht wirklich. Ja, klar. Da waren nicht viele, da waren noch fünf Leute. Nein. Nein, es war nur einer. Okay, da gehst du jetzt hier an der Seite so ein bisschen lang und guck mal. Oh mein Gott, ey. Ich werde sowas von verkacken. Ich hoffe, ich bete, dass es wenigstens unter den Top 50 noch wird. Ich hoffe es. Das wäre so richtig toll. So, warte mal, wie spät Hammersen? Ich werde, ähm, 18 Uhr werde ich das nächste Mauspad mit einem 5 Euro Gutschein verlosen. So, mal gucken. Ich gucke jetzt mal hier jetzt. Ich glaube, zwischen den Containern war auch manchmal Zeug, ne? Kann das sein? Ja. Okay. Oh ja, Tobi, ich glaube auch. Ich habe immer so ein Glück. Safe Area is marked on my map. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, ich muss jetzt mal... Ich muss jetzt mal ganz schnell Loot bekommen, weil ich bin nicht in der Safety Zone. Das Problem ist nur, hier ist nix. So, 5 Euro ausgegeben. Yeah. Für Kies? Ja. Also, es sind bloß zwei Kies, ne? Ich weiß, ich würde da gar nichts, ich würde hier gar nichts reinstecken, in das Spiel, um ehrlich zu sein. Wow, the Leggings. Geil. Ja, läuft bei dir. Richtig sexy. Hier ist nix, hier ist kein Loot. Das ist doch kacke. Oh, 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 dat booty. Dat Marius ist mehr Arsch wie ich, ja? Das ist doch gar nicht, ey. Ja, dat sowieso. Auch im richtigen Leben. Ha. So, mal gucken mal. Nein, komm, noch, noch, noch! Oh. Was, noch ne Leggings? Ich hab ne Armor gekriegt. Ah. Ich hätte aber fast ne Waffe gekriegt. Hier gibt's nichts. Da kann ich auch ehrlich gesagt jetzt laufen, weil es klingelt. Ich kann ja für dich weiterspielen, also so halb. Ha, ha. Oh, ja, ich komm raus. Ich sterbe jetzt am Gift, ich werd's sehen. So, okay, ich bin mal ganz, ganz kurz weg. Ich bin sofort wieder da. Sie wird sterben, sie wird sterben. Ha, 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 ha. Ja? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, bin ich jetzt schon gestorben? Ne, bin ich nicht. Die Sexwammel, wir mussten jetzt Richtung Westen. Wer schießt jemand? Oh, ich werde so verkacken. Oh, ich werde so verkacken. Oh, ohne Spaß. Was? Ich sehe keinen. Was, Gin? Was, was, was? Maury-san, wie gehen wir heute? Natürlich Schandtaten. Gin wird alles rausfinden. Ja, also benehmt euch, ja? Immer schön benehmen. Nein. 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 Ey, das ist ohne Spaß. Bei dem Spiel kann man ganz schlecht rausfinden, von wo geschossen wird, weil halt der Schall von den Bergen und alles, das ist doof. Das ist doch gut. Naja, das ist aber doof, weil dann kann man, weißt du, bei Carlos Strikas, da schießt einer, weißt du genau von wo aus, der geschossen hat, ja? Aber so ist es halt echt über das doof gemacht. Das sind zwei verschiedene Spiele, die kannst du nicht miteinander reden. Oh Gott, ich kann mir das nicht viel vorstellen, dass so ein beschissenes T-Shirt 200 Euro kostet, man. Was für ein T-Shirt? Ja, hat so ein Skin für HMZ1. Ah, das ist doch genauso, das ist doch genauso, wie wenn du jetzt von Counter-Strike irgendwie was hast. Ja, okay, das sind aber Waffenskins, aber nicht Kleider. Tobi, welcher Hase, verdammt? Klär mich doch mal auf. Wow, ein Mussel-Shirt, cool. C6. Oh, ich bin so bescheuert. Ich bin so bescheuert. Ich laufe in die falsche Richtung. Danke für den Follower, Hase, was, Hase, Hase, Mattas. Ey, das ist doch doof, ich laufe die ganze Zeit in die falsche Richtung und keiner von euch sagt mir was. Ich hab mich zugesehen. Ich dachte jetzt gerade so, hä, wieso gehe ich jetzt weiter weg von der Safety Zone? Oh, Mann, ich muss jetzt volle Möhre in den Osten laufen. Ey. Das ist doch doof. What? Für... Okay, cool. Tobi, was auch immer du nimmst, ich möchte auch was davon haben. Okay, jetzt bräuchte ich wirklich ein Quad oder ein Auto oder irgendwas, weil ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Weil ich bin einfach viel zu weit weg von der Safety Zone. Also, ich habe aber den Hasen auch gesehen. Also, der ist vor deiner Nase rumlaufen. Tast... Was, Plus-Taste drücken? Nö. Also, bei mir... Nö. Bei mir bringt das nix. Mit der Plus-Taste drücken. Wow, du kriegst sogar Hotpants. What the fuck? Also, zumindest... Ne, da passiert nix. Ach, die? Ah! Dankeschön, Daddl. So, jetzt kann ich... Warte mal, ich bin so fast am Arsch. Warte mal, D6. Da gehe ich jetzt noch schnell mal hier rein. Noch mal in das Ding. Obwohl ich das... Oh Gott, ich werde es so verkacken. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Hey, aber... Hey! Ich bin schon Top 50. Yay! Cool. Jetzt hat es witzig, ja. H1Z1X. Oh, Hucksack. Hucksack ist immer gut. Oh, Scheiße. Ach, du Scheiße, das sieht sehr beschissen aus, ey. What? Ich bin 23. geworden. Hey, du bist tot. Cool. Ey, komm, Maurice. Was warst du für einer? 120 oder so? Ich bin irgendwie direkt am Anfang verweckt. Mit tausenden von Waffen. Ey, ich bin ja richtig, richtig gut, ne? Also, kann man schon nicht alles sagen, ja. So, okay. Dann losen wir jetzt mal der Weile aus. Ich schieb das mal wieder hier rüber. Was? Was? Was, Maurice? Nee, eigentlich nicht. Weil, Maurice ist ja direkt am Anfang gestorben. Also, er war, glaube ich, so 120 oder so. Und ich bin jetzt 23. geworden. Aber... So, was? Äh, 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 äh. Pah, Mr. Toast. Übrigens, äh, WB. Hallo, danke schön, Bella Beatz. Und hallo. Und hallo, Klotzi. Ähm, Toast. Okay, Toast ist da. Ich wollte schon sagen, Toastie. Klappt. Ich wollte gerade sagen, ich gebe dir noch 20 Sekunden. Und dann wäre es weg gewesen. So, okay, ich schicke dir das direkt jetzt mal dann via, ähm, via Whisper. Dann nehme ich mal hier rüber. Also, man kann sich, man kann sich, äh... Bitte fein. ...Hilly Suit selbst bauen. Echt? Ja. Man braucht 20 Kleider, also zerrissen Kleider, zwei Duct tapes und vier Spools of Twine. Okay. Dann hat man einen Geri. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt habe ich gerade auch eine Scheiße gemacht. Okay, wieder gut. Oh, ich habe jetzt gerade zwei Käse übereinandergezogen, so dass man das nicht mehr gesehen hat, was zu wem gehört. Oh mein Gott, das wäre schiefgegangen. Ey, ich sitze so zum Kotzen, dass RediBot die Leute, die ich begrüße, es sind so viele Leute da, aber ich sehe halt einfach nicht, wer zu wem und wer neu und wer alt. Und Klotzi ist auf jeden Fall neu. Ähm, Bella Beatz, hat er halt auch schon gesagt? Das ist richtig doof. Naja, okay, kann man nicht ändern. So, okay. Ah, Bombojo. Hallo Bombojo. So. Übrigens werde ich heute Abend so gegen 22, 23 Uhr nochmal eine Runde The Evil Within zocken. Hallo Tino, weil ich mir denke, das ist so, das passt halt so, wenn dann Nacht ist und dann nochmal so ein schönes Cruiser spielt zum Schluss. Und ähm, in der Zeit kann dann auch jemand gewinnen. Danke für dein Follow, Bella Beatz. Ähm. Und Toastie, danke schön. Ähm, und da werde ich auf jeden Fall noch einmal The Evil Within verlosen. So, ich überlege gerade, ich werde jetzt mal, ähm, was machen wir denn mal als Schönes? Ähm, ich habe so viele Keys hier, ey. Okay, machen wir einfach mal das hier. Komm hier, äh, was gibt es zu gewinnen? Das. Ja oder nein? Letzte Chance? Nein. 2, 3. Ja, ja, ja. So. Wie hieß denn das? Es ging doch, äh, es gab so damals mal so eine, gibt es das immer noch? Was war denn das gewesen? Wo dann hier die Kiddies immer rumhüpfen mussten und dann irgendwie, bla bla bla, letzte Chance, 2, 3. Wo man dann, weißt du, immer bei der richtigen Antwort sich dann draufstellen muss. 1, 2 oder 3. Ich weiß nicht, wie das genau das hieß, ja. Ja, 1, 2 oder 3 irgendwie sowas hat die hieß. Okay. So, jetzt muss ich erstmal von Toastie, ey, ohne Spaß, ich muss meinen Freund noch arrangieren, dass sie mir das mal machen kann hier. So, ähm. Gutboxnummer, was hattest du von der Nummer gehabt? 22. So. Einfügen. Hä? So, okay, jetzt hab ich mir das mal aufgeschrieben. Nicht, dass ich dann nachher gucke und ich kann nicht mehr so weit hochscrollen wegen der Adresse. Hab ich schon, also ein, wie fast alles. Was hast du schon? Hallo, Mythos. Ähm. Hey. Was hast du schon, Toastie? So, okay. Maurice, komm. Mhm. Mhm. Das klang so richtig so, wie ich werde eh vorkacken. So, alles klar, Toastie. Was? Deswegen hab ich ja angegeben, ja oder nein. Also ich mein, für die Leute, die es jetzt schon haben, wäre natürlich cool, wenn die dann sagen, nee, hab ich schon. Hallo, die, die, sie, die, sie, sie, die, c, äh, die, hä? Ich sag einfach Simon. Hallo, Simon. So, okay. Ich hab jetzt so bestimmte Items, die mir jetzt weiterhelfen. Oha. Wir hatten einen Raketenwerfer. Das ist so ein bisschen wie bei GTA, ne? Mit der, mit der Faust, wo du einfach so, buh, und die fliegen über die halbe Mitte. Ja, ungefähr so. Also, also ganz, auf ganz legale Wege, ne? What? 1800 Spiel ins Team, okay. Such dir. Such dir. So, wo bist du denn? Maurice? Äh. Äh. Da, wo gerade ein Auto umkippt. Ich geh jetzt mal hier. Ah, da steht er. It's me! Guys, shut up! Shut the fuck up. Fuck the fuck, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich geh mal hier ganz, ganz, ganz an den Rand. Ich komm mit. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! You fucking idiot! STR und M. Oh. Oh, ist das richtig. Nein! Ich hab gerade ne Case aufgemacht. Ah! Hast du wenigstens was gescheites bekommen? Äh, ein Tanktop. Ach du Scheiße. Wow! Und übrigens sind wir hier ganz viele, ich geh jetzt genau unter uns. Wo bist du? Ich bin F5. Äh, ich bin F6, aber das Problem ist... Ah ja, ich auch. Oh Gott, sind doch viele. Ach, dich halt. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, ich versuche jetzt hier direkt am Rand von so'n Häuschen, dass ich direkt rein kann. Ah, lauf, 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 lauf. Was, was, was? Oh, es hat schon einmal ein Pulli-Sager-Auto. Oh Gott, es hat zwei. Oh, nice. Nice, 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 nice. Oh Gott, ich werd wieder verraten, ich sag's jetzt schon. Was? Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Mythos! No! Oh mein Gott! Mythos! Erschreck mich doch nicht so ab! Oh mein Gott! Oh nein! Schrecken! Jetzt schon! Oh Gott! Danke für eure Follows, ihr beiden! Oh Gott! Ihr drei! Wo bist du? Wo bist du? Ähm... Oh! 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 Hilfe! Hilfe! Okay, den ersten hab ich, den ersten hab ich. Oh mein Gott! Jetzt mach doch mal ruhig ein Sätze! Nein! Hilfe! Oh mein Gott, ich kann mich nicht konzentrieren. Ach, ich hab mir so geiles vor, das ist jetzt! Ne, den ersten hab ich schon, den ersten hab ich schon! Danke, ihr Ganzen für eure Follows! Oh, oh, oh! Nein! Oh! Boah! Ich konnt jetzt nur leider nicht, äh, nachlesen wär jetzt alles was und so! Auf jeden Fall, danke für eure Follows! Ganz tief! Oh, ich war jetzt grad beinah vorreck! Ach du krass! Ich bin irgendwo, ich bin irgendwo am Arsch der Welt, äh, in so einen... Ich hab jetzt mal... Ja, ich weiß, wo ich stehe! Ich bin genau, äh, gegenüber vom See! Was? Gegenüber vom See? Ja! Ja! Wieso hab ich jetzt zwei verschiedene Munitionen? Ach so, das andere ist... Oh, oh, na toll! Ich komm zu dir! Oh, jetzt hast du wirklich den Shotgun genommen! Ist hier jemand, ist hier jemand? Ne! Okay! Ah, dort okay! Ja, ich hab hier vorne schon einen umgebracht, also... Hier müssen... Wir müssen eigentlich ganz viel Hund! Gegenüber sind noch welche, also es sind noch ein paar! Wo gegenüber? Mal, wenns du über die Bricke gehst! Hier ist ein Rucksack übrigens! Ich bleib mal hier stehen! Lass dich doch erst was hinkommen! Auf meinen extrem beschissenen Leggings! Ich will aber deine Leggings nicht sehen, hallo? Okay, ich hab zumindest mal ne Pistel! So, warte mal! Ich werde die jetzt auch mal und werde... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken! Hier sind glaube ich, das ist besser! Ja, dann werde ich die hier wegklicken! Hab ich grad nachgeladen? Ja! Bist du das? Bist du es das? Vorne, ja! Nein, 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 nein! Du hast keinen, hast du so ein T-Shirt an? Ja! Alter! Erschreck mich doch nicht so! Ich kann doch nix dafür! Oh mein Gott! Maurice! Da kenne ich auch irgendwann den Shotgun! Doch, hier drüben lagen noch ganz viele! Wo? Geh einfach mal rumgucken! Hier drüben sind überall eigentlich noch welche! Ich hab meistens Brusty Money aufgesammelt! So wie du vorhin! Achso! So ist das ja! Und wie findest du meine super sexy Leggings? Warte, ich hab die noch gar nicht so richtig gesehen! Warte, warte, warte! Wo bist du denn? Im letzten Haus! Okay, warte! Ah! Hier ist der Shotgun! Wow! Dead Ass! Dabuti! Du bist voll blind! Die lag ein First Aid Kid! Echt? An der Mauer getackert, ja! So warte mal! Ich muss es mal kurz nachlesen! Du musst dich auch wieder... Ja, das habe ich schon, Bomber Joe! Dankeschön für deinen Tipp! Schick den Bouten! Schick den Bouten! Äh... Watkins, was meinst du... Oh, Alter, erschreck mich nicht so! Was meinst du jetzt damit, mit hier Free-to-Play-Games? Sag mal, wo sind wir denn eigentlich jetzt? F6 F6 Okay, ne Safety Zone wurde auch noch nicht eingekreuzt, also von daher... Loot denn, was das Zeug hält! Oh, noch eins! Was? Was? First Aid Kit? Ja! Können wir uns abgeben, wenn du willst! Nö, passt schon bald erstmal! Ich werde eh danach sterben! Pfff! Was? Hier weiß ich, in dem... in dem wurde ich mal eiskalt getötet! Hast du schon einen Helm? Äh, ja! Es kann übrigens sein, dass in den anderen... in den anderen Häusern vorne noch Leute drin sind! Weil vorne da... die waren zu zweit gewesen, den einen habe ich halt nur erwischt gehabt! Also hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen! Oh mein Gott! Warst du das? Ja! Alter, Maurice! Ja! Ey! Erschränk mich nicht so! Das ist doch mein Name! Warst du das? Ja! Hör doch mal auf jetzt! Mach das mal... Unspaß, Maurice! Das ist nicht lustig! Hucksack! Yeah! Ne, das war die falsche... Naja, ich find's schon irgendwie lustig, aber... Ne, ich finde das überhaupt nicht witzig! Ja, ich find's auch nicht witzig! Ich find's lustig! Aber funny! Genau! Es ist aber funny! Es ist aber funny! Es ist nicht witzig, aber funny! Es ist nicht witzig, aber funny! Es ist nicht witzig, aber funny! Der Punkt ist aber von behindert! Das stimmt allerdings! Ey, wir sind noch 54 Spieler, Maurice! Wir sind noch richtig gut, ey! Ich will's nix tun! Yeah! Ja! Oh! Loot! Oh! Ey, mir ist übelst warm! Oha! Also, die Safety Zone! Wir müssen jetzt Richtung Westen laufen, bis zu D5! Richtung Westen, 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 Westen! Westen ist ein Tier Richtung! Vor sechs Jahren! Boah! Bist du blind! Ne, CMX, das mach ich nicht! Das ist... Ich bin kein Kollegenschwein, weißt du? Wieso bin ich blind? Weil du einfach mal eine AK hier machen willst! Ich hab einen Quad gefunden! Tschüss, Maurice! Tschüss! Tschüss! Okay! Machen wir's so und so, ja? Ne, komm her, los! Schnell! Mann! Du hast hier gar nicht geguckt in den Häusern! Los, komm her jetzt! Ja, ich war schon drin, aber da lag nichts! Es kann sein, dass jetzt wieder gelootet wurde! Ja, 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 ja! Doch, da war's drin! Der Stream kann's bezeugen! So Richtung D6! Let's go! Warte! 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 Bleib mal stehen! Warte! Ich muss mich da erstmal verstecken! Ich blute! Ich nehm dir das Benzin raus! Schnell! 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 Bleib stehen! Achso, ich bin abgesprungen! Hahaha! Oh, 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 oh! Oh, ich verwecke! Okay, ich bleib schon mal stehen, um deinen Loot zu bekommen! Okay, da drüben ist das Auto, du siehst das? Oh, ja! Ja! Okay, vorbei! Oh, warte mal! Wir müssen uns Quats mitnehmen! Oh, Quats sag ich schon mal! Hahaha! Wieso? Oh, scheiße! Ich blute auch sehr ich gerade! Ich hab aber nichts! Ich hab, glaub ich, kein Medikator! Du hast aber... Du hast Bandagen! Ja, und die kann ich ja auch nehmen! Wer hat sich auch einen Quats sitzen? Los, komm jetzt auf! Nein! Kannst du nicht! Na klar! Ich hab doch gerade genommen! Du blutest noch! Ja, ich weiß, aber ich hab trotzdem gerade schon eine Bandage genommen! Oh! Ja, das steht aber bestimmt noch rechts unten Bleeding! Ja, und? Ja, du blutest immer noch! Ja! Ist okay! Haha! Oh! Fuck! Ist das lustig! Oh, hier stehen Schuhe! 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 Okay, warte! Ich guck mal! Juhu! Ah, okay! So, wo ist unser Quattin? Schau mal! Schau mal! Was? Nee! Ich gehe! Hörst du jetzt auf? Ich schieße dich tot! Ich bin dagegen gekommen! Ja, ja, ja! Ist klar! Und tschüss! Bist du noch immer oder bitte? Los jetzt komm! Oh man! Hä? Ich habe komischerweise geschossen, aber... Ja! Weiß ich... Ich spiele zwar im realen, ich spiele zwar, ich fahre zwar im realen gerne die Quatt, aber das ist was ganz anderes wie jetzt hier! Ja, ja, ja! Und da auf die Karte gucken, wohin wir ungefähr müssen oder wo es halt schön... What the fuck! Wo es halt schön ist, wo man sich aufhalten könnte... Wir müssen... Ha! Wir sind jetzt E5, das heißt, da müsste jetzt vielleicht ein Start kommen. Ich sehe es okay, ja! Oh! Zwei... Ja! Ja! Okay, die Stadt ist groß. Ich würde sagen, wir bleiben aber relativ nah beieinander. Oh mein Gott! Als ob das Quatt nicht die Botchenkalle hochkommt! Ich bin nie wieder mit... Oh! Ich bin doof! Ich habe gerade gedacht, du wärst tot! Was? Wieso soll ich denn tot sein? Ich weiß es doch nicht! Ich geh schon mal ins nächste Haus! Oh! Oh! Da steht das Auto! Also die müssen hier irgendwo sein! Pass auf, ne? Ja! Das Auto brandt! Ja, ja! Ich weiß! Oh! Im anderen Haus! Ah ne, das warst du! Oh Gott! Sag doch, wenn du irgendwo hingehst, Mensch! Ha! Ich hab gesehen! Hallo? Hallo? Ey! Läufst du grad vorne auf der Straße hoch? Ja! Ja, ich sehe dich alles fein nicht! Sorry! Die müssen hier irgendwo im Haus sein! Ich geh jetzt nicht gucken! Ha! Oh Mann! Ey! Ich brauch mir ne gescheite Waffe! Mit der schrubbelndes Dorf auf Entfernung! Auf Entfernung sowieso! Auf Entfernung! Auf Entfernung! Auf Entfernung! Auf Entfernung! Ja! Auf Entfernung! Auf Entfernung! Auf Entfernung! Auf Entfernung! Ja! Auf Entfernung! Auf Entfernung! Auf Entfernung! Auf Entfernung! Auf Entfernung! Auf Entfernung! Ja! Okay! Auf Entfernung! Wir sind hier in der schrubbelndes Dorf auf! In der schrubbelndes Dorf auf! Ich brauch ne gescheite Waffe! Ich brauch ne gescheite Waffe! Bist du? Ja, das bist du! Oh Gott! Dieses Spiel! Wieso? Was ist los Maurice? es kommt mir mein herz. oh das glaube ich dir Tobi. das glaube ich dir. ich muss jetzt mal was trinken. scheiße ich hab kein trinken. okay wir sind jetzt in der safety zone. ich barrikadiere mich mal eben hier in das bad rein. eben auch wie es. okay das ist okay. okay so ich bin mal ganz kurz was zu trinken. du scheiße warte maurice shirt ich nämlich noch nicht. ich sitze gerade auf meinem hetze. so okay. ich habe mir gerade übelst in die hose gemacht. warum? weil einfach irgendwie mal ein auto oder sonst explodiert ist. okay. brauchst du das? hast du die tür aufgemacht? ja. moment moment. da kommen welche. oh ich kriege ins gehalt. da kommen welche. ich bin zu zweit. ich bin zu zweit. ja klar! ja klar! ja klar! ja klar! ja klar! Junge mein du kannst mich nicht durch. ich bin zu zweit. ich bin zu zweit. ja! ist das gerade dein ernst? ist das dein ernst? ich bin zu zweit! oh geil! Dankeschön für eure Follows. Dankeschön, 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 noch mehr, noch mehr. Ach komm schon. Ach Maurice. Weißt du, weißt du, ich habe herausgefunden, warum wir alle bei der Rang 7 waren, der zur Hunde. Warum? Weil wir als Team drin sind. Ah. Steht nämlich gerade bei dir. Kann ich irgendwie die Sachen mit einmal droppen oder schon wie so? Ach, ich kann bloß einen. Warte mal, drop, das brauche ich ja nicht. Drop like it's hard, drop like it's hard. So, wo wolltest du die Waffe? Und da wieder. Achso, und das ist gar nicht mehr so schlecht. Das nehmen wir mal noch. Jetzt habe ich das kaputt gemacht. Das wollte ich gar nicht trotteln. Oh, Piu Piu. Oh Gott. Okay, Larissa, das ist ein bisschen komisch. Okay, die Leggings muss ich mir auf jeden Fall gönnen, weil die sind einfach mal mega awesome. Was hast du denn noch? Eine AK. Oh, okay, dafür habe ich aber leider keinen Platz. Dann gucken wir jetzt erstmal rum, was hier noch war. Medikits. Handschuhe. AR. Okay. AR. Oh. Achso, ich habe schon eine AR. WTF? Ich habe die gar nicht aufgenommen. Okay, na warte mal, da brauche ich ja wenigstens noch Munition. Was? Hast du gerade meine Leggings geklaut? Oh mein Gott, ich bin so mega voll Equipment jetzt. Hast du jetzt meine Leggings geklaut? Die sind voll geschissen, ne? Also... Oh nein, mein Gott, ich stehe im Tor. Ich stehe im Gas drinnen. Scheiße, woher muss ich holen? Woher muss ich? Scheiße. Oh mein Gott, ich muss Richtung Süden, 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 Süden. Oh nein, ich stehe im Gas. Ich bin so am Arsch, ey. Verdient. Schnell, 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 schnell! Süden, Südwest, Südwest, komm schon. Komm schon! Ich muss es überleben! Ich muss es überleben! Ich muss es überleben! Ich muss es überleben! Ich habe nicht dran gedacht, oh shit! Okay, easy, easy, easy! Easy! Ich dachte mir so gerade, wieso tut denn der Loot bluten? Wieso tut denn der Loot bluten? Total verwirrt. Ich sehe nur gerade nicht... Mahlzeit, Hany! Ich sehe bloß gerade nicht, wie viel HP ich noch habe. Ist da unten rechts? Ne, das steht bloß auf First Aid Healing. Ich möchte da nicht dran. Dann kann es aber sein, dass du wahrscheinlich irgendwas ausgeschalten hast. Dein Herz. Boah, haben die richtig Arsche gespielt? Oh, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, ich stehe immer noch im Gas, ich stehe da! Hä? Aber ich bin doch schon raus, oder? Alter! Hä, wieso stehe ich immer noch im Gas? WTF? Äh! Oh, shit! Oh, shit! Use, use, use! Ganz schnell, ganz schnell! Oh, ich werde eingeschossen! 39... 40... Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig bin! oh mein Gott jetzt komme ich über das Scheiß oh nein, nein, nein 43 44, 43 oh nein, nein ich habe kein First Aid Kit bin ich überhaupt richtig? D6, 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 D6 oh mein Gott, nein ich habe das nicht oh mein Gott oh, hier ist ein Polizeiauto komm, schnell, schnell, schnell eh oh, ich bin raus oh scheiße ich bin raus oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott nein, 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 nein nicht schießen ich bin neu ich bin immer voll Equipment und bin am vorrecken von dem Scheiß Gas hört mir auf ich kämpfe auf Toilette und vorrecken am Gas das geht gar nicht, ehrlich oh oh hast du Glück? gar nicht verdient und jetzt warst du erschossen oh mein Gott danke für den Followjumper oh scheiße Mann ich habe mich gerade in Sicherheit gebracht D6, D6, D6 oh mein Gott oh mein Gott okay, Westen, Westen Richtung Westen dann zieht's auch noch meine voll geschissene Leggings auf Richtung Westen oh shit oh shit, das Gas kommt jetzt schon oh mein Gott, ich bin sowas von am Arsch weil ich habe echt keinen Medikit mehr 44, 43 42 wieso nimmst du das Polizeiauto nicht? Scheiße, ja das wäre eine Option gewesen, ne? 37, 36, 35 komm ich muss zum Berg, ich muss zum Berg oh shit, ich bin am Arsch Bandagen aber Bandagen, die helfen doch nicht, oder? doch, ein bisschen oh Gott, 20% 20% 20% 20% 20% komm schon 21% 20% 19% 18% oh mein Gott komm schon, renn doch 14% oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott use 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 komm 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 schnell 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 oh mein Gott oh mein Gott danke schön Lucky Dattl Dattl danke für den Tipp jetzt sollte ich auf jeden Fall überleben erstmal aber ich werde garantiert gleich abgeschossen was wieso nach Süden laufen oh shit oh shit oh shit ohne Control oh skuldig oh ja ich bin am Arsch ich habe gerade sowas von überhaupt gar keine Orientierung Ich weiß überhaupt, ohne Spaß, ich weiß überhaupt null, wo ich bin, aber wirklich null. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich hin muss, weißt du? Ja, du hast einen Kompass, oder? Oh, warte mal, ich, ich, ich... Lauf, Forrest, lauf! 27%, 25... So viele Bandagen hab ich gar nicht, ey. Bist du ruhig, du 20% HP? Das ist fein, Samix, das freut mich. Bis später. Okay, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Oh Gott! Oh mein Gott, ey, ich hab so einen Lack, ey. Ich bin so ein elender Lacker, ey. Nichts ohne, nicht, nichts ohne. Ey, ich bin so gut, ne? Ich hab so einen Noob an meiner Seite. Okay. Okay, jetzt erstmal Orientierung suchen. So, ich bin jetzt bei, keine Ahnung, direkt C6, C6, C6. Oh, ich bin genau hier an der Kante, oh mein Gott, ich bin so ein Lacker, ey. Oh mein Gott. 30 Sekunden. C6. Okay, warte mal, C6, ich muss weiter Richtung Süden laufen. Und das ganz schnell. Ich bin Platz 16, wieso bin ich Platz 16? Das geht gar nicht, Mann. Ich müsste Platz 2 sein. Ja, unser Team muss gewinnen, Mensch. Echt, ey. Ich wech die alle weg. Ich brauch einen fucking Medikit, Mann. Du hast mich eiskalt, äh, verrecken lassen. Mach dir die scheiß Tür auf, Mensch, ey. Komm schon, lauf. C6. Wohin muss ich eigentlich C7? Scheiße, Mann, das gibt es sowas von dermaßen an meinen Arsch, ey. Du Arschloch! Hey, ey, ey. Du bist so... Ey, ich hab grad nur nen Chat geguckt, weißt du, in meinen zweiten Bildschirm, damit ich sehe, wenn ich... Alter, ich bin schon wieder am Gas. Ey, das ist so sinnlos, ehrlich. Der Bildschirm ist auf Normalstand. Ich bin... Okay, noch und noch verliere ich keinen Blut, mal gucken. Ich weiß nicht, wo ich nicht laufen muss. Scheiße. Scheiße. Ich bin Zehnter! Wuhu! Ich hab drei Leute gekillt, oh mein Gott. Ja. Mich. Bissi, nur weil du es gesagt hast, deswegen. Oh mein Gott, ey. Hey, cool, ich bin Zehnter, cool. Hallo Henny und Dankeschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin Zehnter, wow. So was haben wir auch, ne? Dabei bist du irgendwann... Holt den Stuhl her, Schatz. Dabei bist du irgendwann am Anfang des Spiels gestorben. Ja, und wer war schuld? Warte mal ganz kurz. Bist du mal so lieb und kannst du mal bitte ähm... Höh, Hund, höh! Hauptsache Penny rennt einfach mal eiskalt durch die Kamera. Haha. Penny, komm hier lang, komm. Ja. Komm hier lang, so ist es für heiß. Äh, vom iPhone mal bitte die Kopfhörer, dass jeder von uns eins dran machen kann. Nein. Du bist sicher? Ja. Nein. Penny, guck mal hier. Mach's nicht. Guck mal hier. Hi, Thomas. Hi, Thomas. Guck in die Kamera, Ticke. Was? Keine, keine Ahnung. Na, das ist ja böse, dass wir beide was hören. Na, du musst doch sowas hören, musst du nicht. Na, das ist doof. Wenn, dann müssen wir beide hören. Sehen wir den Maus? Wo muss das Gewinnspiel auslösen, meine Schnecke? Machen wir das? Awww. Awww. Hübsche. Oh, die guckt immer noch total drauf. Mama, ich hab heute gekotzt, mir geht's so scheiße. So guckt die gerade. Ne, ohne Spaß, die guckt wirklich so, warte. Penny, guck mal. Yeah. Gipfeln? Gipfeln? Fein. Ganz fein. Das kann sie wenigstens noch. Gipfeln? So, jetzt muss ich wieder so. Und so. Du kannst ruhig ranrutschen, ja? Ne. Nein, pass auf. Pass auf, sie hat meine vollgeschissenen Leggings an. Also... Ja, genau. So, okay. Ich werde... Oh, das war's falsch. Ich werde jetzt hier das rüberziehen. Einmal das Gewinnspiel auslösen. Wir beißen nicht. Genau, Tobi hat auch gesagt, wir beißen nicht, ja? Ähm... Da vertraue ich euch nicht. Ähm... Die kleine Maus ist gut, die wird langsam sehr stattlich. Ja, das stimmt. Aber die ist ausgewachsen, Wadkins. Also die ist, glaube ich, schon mit 6 Monaten oder so. War sie schon ausgewachsen? Nein, nein. Also die ist schon lange. Fein, Maus? Hübsche. So, okay. Wir werden auslosen, beenden. 18 Leute haben mitgemacht. Und der Gewinner ist... Henni! Ich kann trotzen, ne? Ach Mensch. Das geht schon. Nein. War er gewonnen? Ah, das da. Hitman Absolution. Glückwunsch, Henni! Ich werde dir jetzt direkt mal den Key... Ach, du brauchst auch einen Hül zu stellen. Nee, bei dem nicht. Noch nicht, Schatz. Bei den anderen dann. So, warte. Ich werde dir direkt... Oh. Du hast genau das gewonnen. So. Ein USB-Port für das Audio. Genau. Zum Laden. Ich werde jetzt mal eben schnell per Whisper schicken. Jetzt steck's in Penny's Nase. Steck's in Penny's Po und dann kann man's verlosen. Heute geht Maurice leer aus. Ja, ich seh's auch schon. Ich seh's schon, komm. Ich mach mir jetzt einfach 10 Accounts und dann gewinn ich dich. Tobi! Tobi! Hab ich! Die sind in der Kiste noch drinnen. Die kriegst du... Sieh, die komm und die... Tu mal bitte hier in die Kiste, die für Tobi. Tu mal bitte die Zuckerstangen da rein. Die ist hier in der braunen Kiste drinnen. Oh. Oh. Wo ist denn die Nase? Das ist unten in die... Ja, übrigens Tobi, das kannst du auch gleich bekommen. Warte, das gewinnst du. Hier Tobi! Dein Gewinn! Die tue ich jetzt gleich bei dir mit in die Buchkiste rein. So. Kannst du das so weg tun? Ja, warte. So, ich muss mich entblößen, denn wir sind so warm. Ohne Spaß. So. Das geht aber nicht. Was? 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 Jetzt lieg dich genau hier unten zu. Hauptsache Mama und Papa, die haben es gemütlich. Dann mach ich mir jetzt auch so einen gemütlichen. Hey, hübscher. So, okay. Henni, schauen wir, du hast jetzt deinen Whisper bekommen. Und wir haben es, glaube ich, schon 18 Uhr. Da kann man eigentlich... Ja, passt doch. Da kann man direkt das nächste Mauspad verlosen. Ähm... Ja, ihr seht ja noch, was alles da ist. Das war oder was? Ne, ich... Ich verlose die, die sollen sich dann selber aussuchen. Hey, was machst du? Oh, du sollst mir eine Hilfe sein und alles kaputt machen. Okay. Ähm... So, wartet mal. Ich muss mal eben ganz kurz auf meine Liste gucken. Ähm... Okay. Gaddl hat ja seins schon bekommen. Habe ich auch schon aufgeschrieben. Ah... Wo ist denn das von Gaddl? Ach, hier an der Seite. Okay, alles klar. So, ausblenden. Dann werden wir jetzt mal ein neues machen. 20 Uhr, die zweite Überraschung. Ja, das stimmt für sie, denn 20 Uhr kommt der Mauspad dran. Nur für die Subscriber. Der Mauspad. Der Mauspad, genau. Ähm... Quasi wie hier, äh... Aschebecher. Kennt ihr Aschebecher? Der Aschebecher. Der Aschebecher. Kennst du den Schauspieler, Maurice? Ja, klar. Weißt jetzt nicht mal wie er heißt. Ich weiß... Aschebecher. Komm, wie heißt der? Ähm... Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist der cool. So, äh... Möchtest du... Möchtest du... Gewinnen? So, es gibt zu gewinnen ein Mauspad plus ein 5 Euro Gutschein von Gamesplanet. Der Martin. Der Martin! Der Martin Fischer oder sowas, glaube ich, ne? Der Martin Schneider. Der Martin Schneider. Ja, okay. Der Martin Schneider. So, meinst der Martin. Genau, der Martin. 20... Ach so, die Überraschung von dir. Alles klar. Du musst bis 20 Uhr hierbleiben. Und dann gibt's eine Überraschung von Bissi. Bis später, Kamikaze! So, okay. Ich hab ja... Genau, Tobi. Wir können das eigentlich... Gib mal her, was wir jetzt schon verlost haben. Das werde ich jetzt mal hier... rüber tun. Eins. Und der Battle Junkie hat nämlich auch schon eine Mauspad gewonnen. Und einen 5 Euro Gutschein. So. Dann nehme ich schon mal das hier raus. So. Okay, also wie gesagt, ihr könnt dann euch nachher aussuchen, was ihr für ein Mauspad wollt. So. Wer ist denn jetzt dafür, dass mein Freund, der absolute Counter-Strike-Noob, meine Runde Counter-Strike zockt? Nein. Wenn ich mehr spielen darf. Ich verliere eh. Das ist egal. Es geht nur um den Fun-Faktor. Komm, ich hab heute Geburtstag. Ich darf mir das mal wünschen, oder? Nein. Siehst du, guck mal. Daumen hoch. Los. Bis sie sagt, los. Eieieieiei. Klares Ja. Ich switche mal rüber. Genau. Ne, komm, ne Runde machen wir mal. Schaff' wir schon. Ist ja für den Fun-Faktor. Ich carry das schon. Genau. Maurice carry das, das stimmt. So, warte, wir müssen jetzt hier das Roten machen. Da. Bis kommt, wie du das spielst. Glätt hast du was bringen. Das weiß ich noch. Darf man Wetten abschließen? Nein, die Kill-Rate wird 1 zu 10 sein. Dankeschön, Lina. Der arme Schrecki nicht so sehr. Das match? Nein. Der musste mal durch, Veggie. Der musste mal durch. Als Lorsch. Was willst du denn spielen lassen? Übrigens musst du dann hier hin und dann sehen sie dich, ja? Ja, ich weiß ich. So ein Scheißerbar. Ich überleg doch, ich meine meine schwarze Fälle. Hast du ja. Dank für den Follower-Nubi. Eine Nubisch. Nubisch by nature. Also ich hab eh ohne Spaß. Wir haben jetzt schon so viele Follower neu dazu bekommen. Für jeden Kill, den er macht 1 Euro von mir. Das ist meine Ansage. Also Schatz, streng dich an, dann kriegst du ganz viel Geld. Du weißt doch gar nicht, dass er hier beim Team Fanatic ist. Hier in der CSL wollte ich gerade sagen. Hier im Profi-Liga und so. Das war teuer für dich. Aber vergiss nicht noch die Autowasch-Idee. Die Autowasch-Idee. Genau, Schatz, du wolltest ja nachher noch hier in Bikini Autos putzen. Kommt vorbei. Das war schweinig alt. So, warte. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, wie viele Follower wir schon heute bekommen haben. Das ist echter Wahnsinn. 15. 15. WTF? 15 neue Follower. Okay, das ist echt ne Menge. Ja. schatz.